Ja, hallo lieber Rasenfriegs, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist noch zu kalt zum Düngen, obwohl wir eine Summtemperatur weit über 150 Grad bereits erreicht haben. Ich glaube, die liegt jetzt hier bei uns in der Region schon bei 170 Grad. Werde ich noch nicht düngen. Ich wollte eigentlich an diesem Wochenende düngen, aber es ist wieder kalt geworden. Nächste Woche soll sogar ein bisschen Schnee fallen. Ich warte noch ab. Die Fusythie, unsere Fusythie, die blüht auch noch nicht und ich werde auf die Fusythienblüte warten. Und dann das erste Mal düngen. Dann habe ich auch genug Zeit zwischen der Kalkung und der ersten Düngung gelassen. Vier bis sechs Wochen ist da ein vernünftiger Wert, damit sich der Kalk erstmal im Boden richtig auflöst. Und ja, wir machen aber was anderes heute. Wir werden heute den Rasen einmal bürsten mit meinem berühmten Bürstenwagen, den ich 2018 gebaut habe. Damit ziehe ich jetzt hier einmal rüber, um die Wurmhaufen ein bisschen zu glätten und überhaupt so ein bisschen den Rasen mal hoch zu bürsten. Ganz vorsichtig. Mal schauen, wie das aussieht. Und da könnt ihr wieder dabei sein. Viel Spaß. Packen wir Johnny aus. Herr Freaks, Batterien einschließen. Mal gucken, wie ein Dieselmotor nach vier, fünf Februar, Januar, Dezember, November vier Monaten wieder anspringt. Schauen wir mal. So Freaks, die Batterie ist jetzt montiert. Das war wieder auch ein bisschen fummelig. Jetzt kommt noch hier das Blech rüber. Zack. So, wenn jetzt alles gut läuft, dann geht an. Licht und nix. Gar nix. Aha. Das ist scheiße. Ruhe. Oha. Tiens, Freaks. Du bist. Ich lasse gerade die neue Batterie laden. Ich habe damals hier mit dem Meer eine zweite Batterie mitbekommen und fahre aber immer noch mit der ersten Batterie, mit der alten Batterie. Jetzt lasse ich die neue Batterie gerade laden und dann baue ich sie mal um. Oh, das ist wieder. Eins. Zwei. Ich muss halt die Muskel runter. Die ziehst du runter. Sehr gut. Mehr. Mehr. Gut. Rangehängt. Mehr ging nicht. Noch mal. Einmal nochmal. Nochmal. Sehr schön. So Freaks, die neue Batterie ist jetzt geladen. Ich bin ja echt gespannt, ob die jetzt funktioniert. Da bin ich ja jetzt echt gespannt. Das Schöne ist, dass diese Batterie jetzt einen Bügel hat. Das ist vielleicht jetzt blöd, hier ranzukommen. Oh Mann. Oh Mann. Jetzt bin ich gespannt, ob der jetzt Power hat. So. Streaks. Neue Batterie. Zündung. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Macht gar nichts. Scheiße. Aber. Motorchen. Oh. Es darf doch nicht wahr sein. Wo ist das Problem? Jetzt habe ich die Hydraulik entlastet. Ich hätte mir jetzt vielleicht schlecht rund. Das ist der Kette war. Ja, um. So. Jetzt. Hier ist der Motor. Ja, gut. So. Power vom Auto. So, Freaks. Jetzt ist aber rot, ey. Das soll nicht wahr sein. Lass dir mal das Auto, gib mal bitte Gas. Pass mal. Jetzt. Ja, ja. Jetzt. Ja. Ja, ja. 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 Ich bin schnell. Ja, fährt gut. Oh, Mann. Mach mal rot an. Rot ist schwarz. Ja. 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 Reifen drauf und erhöhen. Reifen drauf und erhöhen. Reifen drauf und erhöhen. Das hat ja wunderbar geklappt. Das erste Mal schön rübergebürstet. Schön, sehr gut.